Geht's doch gar nicht. Doch bei Roller. Okay, genau. Sind unterwegs. So, ist ja eigentlich da lang. Hier lang? Ah, nee, hier. So. Alles klar. Zuckerrohr alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmannsheil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. So, komm. Hey, wo bist du? Oh, es geht schon. So. Okay. Oh, Mann. Ich hoffe, er war kein Scheiß. So. Los geht's. Ich übernehme die Spitze. Ach so, Teufel. Hey, wo ist Jameson? Scheiße. Gerade haben wir doch geledet. An alle. Jameson ist back. Sammeln und vorrücken. So. Sehr schön. Wir erleiden Verluste. Sie können nicht wein sein. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Oh, Gott. Zack. Oh, Mann. Heil dich doch, Mann. Du dumme Kuh. Du guckst sie da rum. so okay Oh, fuck. So. Oh, nein. Oh, no. Oh, no. Oh, no! so 1 a So Okay Toll Okay Wir müssen wir anscheinend da lang Ja Komm schon, komm schon So Oh mein Gott Alter Alles in Ordnung? Hier geht's gut Alles bestens Klicksal Jonah Oh Mann Oh Gott Bereit? Oh ja Alles klar Wir sind okay Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du? Wäre es gut gegangen Die kommen nicht weiter Geh Los Wir schaffen das Okay Oh Mann Ach du Komm weiter Ja Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Scheiße Oh mein Gott So So Ach du Lüßbisschen Oh Mann Oh Mann Ah Ah Es ist nicht What the fuck Was Okay 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 Oh schon wieder hier Okay Na ja Na ja okay Ja Alter Da muss man schon manchmal genau auf achten Scheiße Jetzt fehlen wir aber hier Gut Meine Fresse Meine Fresse Meine Fresse Scheiße So Nein Ich bin doch gesprungen Leute Komm Man kann es auch echt auf die Goldwaage legen Ne Bin wir mindestens genauso gesprungen gerade eben Aua So okay Das war ein bisschen früher War besser Okay So jetzt Müssen wir auch wieder Acht geben Und da drauf springen Oh Alter Gott Oh Mann Geht's doch gar nicht Doch bei Roller Wow Und schon wieder ein Ereignet sich eine Natur Eine Naturkatastrophe Wie weit ist es noch Bis bei Titi Wir sind fast da Tut mir echt leid um die Schatulle Du kannst nichts dafür Es Es war Dominguez und Trinity Schon mein Leben lang Seit ich denken kann War immer Trinity Irgendwie beteiligt Ich könnte eine Familie haben Alles hätte anders werden können Wir werden uns die Schatulle holen Und dann schnappen wir uns Dominguez Das hört schon mal nach dem Plan an Eure Hoheit Lara Wo Wo ist die Schatulle Amaru hat sie Aber der Tod der Sonne ist nah Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder Das wird nicht einfach Wir müssen den Plan anpassen Bitte Nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen Wir sorgen für alles andere Vielen Dank Ich versuche Ucho zu helfen Wenn du was brauchst Sag Bescheid Okay Alles klar Okay Ist hier ein Basislager Sieht gut aus Hier nicht alles Auf Anfang Okay Da unten Unfassbar Wie erwachsen Jetzt gucken wir mal Oh jetzt haben wir genug Punkte Jetzt können wir ordentlich Nach einem lautlos Kill Widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde Zorn des Jaguars Genau Herz des Jaguars Ausdauerpflanzen verringern Den Schaden von feindlichen Nah- und Fernangriffen Ist auch geil Schade Schade dass wir das nicht mehr machen können Aber das können wir hier machen Täuschung des Pumas Drücken sie Kreis Um ungepanzerten Feinden auszuweichen Und kontern sie mit Dreieck Alles klar Sehr schön Da haben wir jetzt nochmal ordentlich skinnen können So Jetzt gucken wir nochmal Ob wir hier was Haben wir vollständig verbessert Hier können wir nochmal was machen Und zwar Verbesserte Gasbohrung Leitet das beim Feuern freigesetzte Treibgas in den Verschluss Um die nächsten Patronen automatisch zu laden Was die Feuergeschwindigkeit erhöht Sehr schön So und hier können wir auch noch was machen Und zwar Individueller Kraftkronus Der Mündungsanhang erzeugt konzentrierte Schussmuster und wirkt erhöhten Schaden Sehr gut So Ich würde sagen meine Freunde So Von heute Das war's Wir haben sogar hier noch Nehmeaufgabe Aber das werden wir alles in der nächsten Episode machen Wenn euch diese Episode gefallen hat Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen Könnt ihr natürlich auch was in die Kommentare schreiben Fühlt euch da frisch und fröhlich frei Ja Und dann würde ich sagen Sehen wir uns das nächste Mal wieder Bis dahin macht's gut Ciao ciao Bye Bye